Guck mal, hier vorne ist ein veralteter Anker. Hier vorne ist so ein veralteter, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Hier ist ein veralteter Traktor. Hier ist auch so ein voll alt Teil, wo ich nicht weiß, was das sein soll. Hier vorne ist ein alter Rad. Hier vorne ist so ein veralteter Umflugding. Hier vorne ist eine veraltete Milchkanne. Hier vorne ist ein veralteter Anker. Hier ist noch so ein veralteter Anker. Bahnhof gefunden. Hier vorne ist eine veraltete Dampflok. Sogar mit veralteter Anhänger vom Dampf, was dieser Dampflok hier zieht. Und hier vorne ist auch noch so eine veraltete Dampflok. Das auch so ein veralteter Anhänger zieht Hier vorne ist noch eine weitere Vollalt-Lok Und da oben schwebt auch so eine Vollalt-Dampflok Aber ein ganz klein Der ist so richtig klein, also dieser Dampflok Dieser regelfarbene Dampflok Hier vorne ist ein veralteter Baustellenfahrzeug mit Kran Hier vorne ist eine Holzeule Hier vorne ist eine Holzstatue Hier vorne steht ein Holzbär Hier ist noch eine Holzskulptur mit Kopf Und hier vorne ist auch noch so eine Holzskulptur Hier vorne sitzt ein veralteter Boot Und hier vorne ist ein geschnitztes Holz Mit hier, mit Meeresfrüchten Ja genau, die sind da reingeschnitzt Hier ist sogar ein Flusskrebs Und ein Anker Da drüben ein Schiff Und noch mehr Sachen Sogar hier so ein Seemannskopf Mit Dreizack dran Und sogar so ein Vollfettschiff Äh, Fisch heißt das genau Das ist ein verrosteter, veralteter Dergerät Hier vorne ist ein veralteter, auch Dergerät Hier ist ein veralteter LKW Damit haben Lastkraftwagenfahrer gefahren Und hier vorne ist schon wieder so ein Genau, das ist auch so ein Vollalt LKW Hrgh! Hrgh!